So, Hallihallo, hier ist wieder Onkel Pitti. Ich glaube, heute habe ich nicht viel Glück. Tja, folgendes. Eigentlich wollte ich schon längst mit der Xbox 360 online sein, aber ich habe leider noch nicht meinen Key bekommen. Mein Xbox Live Key. Deswegen, tja, stehe ich jetzt hier auf dem Trocknen sozusagen. Tja, mir wurde mitgeteilt, ist momentan ausverkauft und sobald der verfügbar ist, würde ich den zugeschickt bekommen. Also, naja, jetzt weiß ich noch nicht genau, wie lange das dauert. Ich versuche da noch, die Sache zu klären. Und ja, mal schauen. Also für heute mit Xbox 360 wird das leider nichts. Ich hoffe morgen. Aber ich meine, dann verschiebt sich das Ganze halt nur. Also dann anstatt, wie geplant, von heute an, dem 23. Eine Woche lang würde ich dann anfangen vom 30. halt. Also, beziehungsweise, Blödsinn, vom 24. falls ich morgen in Key bekomme. Ich weiß es ja jetzt nicht. Muss mal gucken, was sich da noch ergibt. Eventuell könnte ich noch die Playstation 3 vorziehen. Naja, was meint ihr dazu? Naja, und das andere ist noch, ich habe irgendwie kein Glück mit meinem Upload. Ich wollte eigentlich schon längst ein Video wieder online haben und hatte schon zweimal Upload-Abbrüche. Ich sage ja, das ist heute einfach nicht mein Tag. Naja. Obwohl, ich habe gesehen, da habe ich mich natürlich gefreut, dass ich jetzt bei 251 Abonnenten bin. Juppi, ich danke euch. Ich danke meinen Abonnenten. Allen 251. Das ist wenigstens etwas Positives, was ich heute vermelden kann. Beziehungsweise, vielleicht habe ich es auch schon selber gesehen, wer weiß. Ja, vielleicht wollte ich auch etwas dazu mir mitteilen. Was meint ihr? Soll ich mal die Xbox-Woche verschieben? Um eine Woche? Oder soll ich mal irgendwie noch warten, bis ich den Key vielleicht doch noch zugeschickt bekomme? Morgen oder so? Keine Ahnung. Naja, ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Meine Internetleitung nervt mich nämlich auch ein bisschen. Wie gesagt, die Upload-Abbrüche. Und dann noch was anderes. Ich habe da so eine Idee gehabt, eben weil ich ja Abonnenten-Special 200er habe ich ja noch keins gemacht. Jetzt bin ich schon bei 250. Da wäre ja eigentlich schon wieder eins fällig. Ich habe mir so gedacht, sobald ich die Xbox 360-Woche und die Playstation 3-Woche vorbei habe, dass ich als nächstes Special eventuell auch ein Co-Op-Special machen könnte. Also zum Beispiel wie bei Modern Warfare 2 die Co-Op-Level zusammenzocken. Sag mal, ich zocke mit verschiedenen Leuten jetzt zum Beispiel die Grube oder die anderen Co-Op-Level. Und ja, die Besten werden hochgeladen. Genauso, was weiß ich zum Beispiel von Call of Duty 5. Den Zombie-Modus zum Beispiel könnte man zusammenzocken. Oder die Single-Player-Kampagne, die kann man ja auch im Co-Op-Modus zocken. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder, pfff, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ja, ich sage mal allgemein Spiele, wo es Co-Op-Möglichkeiten gibt. Ja, auch davon wäre schön, wenn ihr eure Meinung und Spielvorschläge dazu äußern würdet. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Vielleicht schreibt ihr mir auch ein paar aufmunternde Worte, weil ich jetzt so ein bisschen down bin wegen dem ganzen Mist. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, bis dann, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.